Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft 1.9 und ja, heute wollte ich mich um den Ausbau von unserem Häuschen hier ein bisschen, also ein bisschen rum kümmern. Ja, bin immer noch erkältet, sorry, hört sich immer noch ein bisschen scheiße an, aber naja. Also ich wollte das Haus ein Stockwerk höher machen, ein Stockwerk 2 vielleicht, das heißt das Glasdach kommt weg. Hier das Feld ist immer noch nicht nachgewachsen, aber kein Plan wie lange das dauert, vielleicht muss es ja mal regnen hier. Es muss mal regnen in Minecraft. Gut, aber ich würde zuerst sagen, wir machen erst die Beute von unserer letzten Folge, tun wir erstmal ein bisschen verarbeiten, die Beute von der Höhle. 1, 2, 3, 4, 5, warum das reicht, 5. So, ich würde sagen noch den anderen Ofen, den anderen Ofen haben wir ja noch in der Höhle vergessen. Fuck, okay. Gut, in den Keller kommt natürlich der Next auch noch rein, ist ja klar. Ja, so, gibt es eigentlich schon einen Bratapfel? Ne, gibt es noch nicht. Gibt es noch mit Mods? Okay, gut. So, ich würde sagen, wir reißen schon mal das Dach hier ein. Ja, schönes Glasdach haben wir schön dafür gesammelt, aber jetzt ist es ja. Ja, jetzt ist Geschichte, das Glasdach, weil wir bauen ja einen Stockwerk höher. Oder vielleicht auch drei, man weiß es nicht. So, jetzt erstmal auf Holzsuche gehen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine neue Axt. Ja, immer hat es rein und raus hier. Zwei am besten, zwei. Äh, Eisen, 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 Eisen. Eisen. Okay, wir können jetzt nur eine bauen, aber die andere ist schon in Dings. Ja, ist schon in Arbeit. So. Ja. Und ich würde auch so mal sagen, erstmal schnell das Dings hier sortieren. Das Inventar. So. Ähm, so. Das hier, das hier ein bisschen Erde kann man immer gebrauchen. Und dann das Schild behalten wir natürlich. Ist ja klar. Oh, kann man auch in der Hand halten. So. Das ist schon Level 6. In der letzten Folge sind wir hier leider gestorben. Einmal. Ja. Kann mal passieren, liebe Freunde. Kann mal passieren. So. Jetzt gehen wir auf Holzsuche. Ich würde sagen, bis eine Axt kaputt ist, das reicht für das zweite Stockwerk. Jo. Wir bauen ja außenrum wieder aus normalem Holz. Ja, ist wieder Holzverschwendung. Ich weiß. Sagt, ich bin der ein oder andere wieder, wie in der einen Folge da, also in der letzten Folge. Ah, ist irgendwie Holzverschwendung. Findest du nicht, Sashi? Ich habe so geantwortet, ja, es ist Holzverschwendung, aber es sieht schön aus. Das heißt, wenn wir das Holz jetzt außen abreißen würden, können wir uns ein ganzes Stockwerk bauen. So ist vielleicht gerade mal ein halbes. Jo. Ist ja auch scheißegal. Ich kann ja bauen, wie ich möchte. Ja. Gut. Die Axt ist wieder nicht im Bild, das ist wieder gut. Jetzt wieder im Bild. Und natürlich wieder sorry, wenn ich nicht so viel rede. Ihr wisst warum. Dach gerade wäre eine Spinne. Was haben wir denn schon? 33. Okay, das fällt mal ein bisschen im Auge, so würde ich sagen. Ja. Und durchs Arbeiten bekommt man jetzt auch schon Hunger abgezogen. Vielleicht mit der Zeit auch Leben. Ja, ist ja klar, wenn man Hunger abgezogen kriegt, kriegt man ja auch Leben abgezogen. Mit der Zeit zumindest. Mit der Zeit. Was auch cool wäre, wenn man die Werkzeuge mit Dreschstick einfach so wegwerfen könnte und die dann irgendwie so im Kopf hier stecken blieb. Was ja ein bisschen brutal. Ja. Okay, ein bisschen Holz zum Verbrennen vielleicht noch hier holen. Ein bisschen Birkenholz. So. Einfach ein bisschen Birkenholz geholt. Birkenholz. Birken. Also ich glaube, ein Stack reicht dann, oder? Für ein Dings. Ja, Stack dürfte reichen. Das habe ich hier nicht für den Scheiß die ganze Zeit auf. So. Einfach mal hier einen ganzen Forstwald abgeholzt. Ja. Ich weiß. Wir werden bald ersticken hier, weil es keinen Wald mehr gibt. Auch auf der Welt gibt es irgendwann keinen Wald mehr. Laut Zukunftsbilder soll bald alles aus Metall sein in den nächsten tausend Jahren. Hm. Ja, man kann ja mal so ein bisschen über die Zukunft reden. Kann man ja auch mal machen. In den nächsten paar Folgen. Ich kann ja auch mal so ein extra Video machen. Let's Talk. Genau. Let's Talk, Leute. Das können wir nochmal machen. Let's Talk. Da könnt ihr dann in den Kommentaren diskutieren und alles. So. Ja. Ich würde sagen, wir wollen erst mal... Ich und mein Ich würde sagen hier die ganze Zeit. Erstmal 32. Komm. Mal so viel. Dann nochmal die Hälfte. So. Haben wir jetzt eben drei Stacks. Dann sind das hier nochmal 24. Das reicht bestimmt für außenrum. So. Dann. Einmal hier. So. Dann kommt hier so eine Treppe hin. Genau. Ich weiß schon, wie ich baue. Keine Angst. Oh, ne. So nett. So baue ich natürlich nett. Sorry. Jetzt habe ich gerade die neue Axt angebraucht. Äh, angepisst hier. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Reicht genau. Reicht genau. Was haben wir hier? Oh, hier ist noch das Eisen am Braten. Können wir jetzt eine Eisenrüstung der Nächste bauen? Sind schon gut. Ist schon Folge 9. Aber wir sind schon richtig weit. Kann man... Sag ich zumindest, dass wir schon richtig weit sind. So. 8. Mega fette Holzverschwendung. Hier noch so ein kleines Guckloch. Ja. Kann vielleicht so Schuhe hinter verstecken oder irgendwas. Die Fantasie. Freien Lauf lassen hier. Der Fantasie. Ne, die Fantasie. So. Dann hier einfach mal die Grenzen setzen. Und dann hier fröhlich drauf losbauen. So. Dann kommt hier oben wieder ein Glas da rein. Ist ja klar. Vorerst. Weil wie viel Stockwerk ich bauen werde, weiß ich nicht. Später kommen ja hier noch Häuser hin und alles. Vielleicht bauen wir auch ein ganzes Dorf. Kann ja auch. Ich weiß es nicht. Wenn wir dann später NPCs einziehen können. Oder so. Und, ähm. Sollen wir hier so eine Panorama? Sischt-Plattdings hier hin machen. Joa. Hier kann man noch so eine Plattform draufbauen. So als Übergang. Oder? Joa. Das sieht gut aus. Komm, das kann man machen. Kann man in der nächsten Folge dann vielleicht machen. So. So. Und so. Einfach so ein langes Fenster drin lassen. Genau. Gut. Dann kommt hier oben jetzt das Dach. Da habe ich ein bisschen Erde. Ihr wisst ja, die Erde immer schön zum Gerüstbau verwenden. Ja, zum Gerüstbau. So. Da haben wir auch keine Erde mehr. Ich würde sagen. Wir machen einfach einen Drop hier. Drop it hard from the Dach. Oh, das sieht cool. Oh, das sieht cool aus. Oder? Das ist der Baum des Lebens hier. Das ist der Baum. Der bleibt stehen. Das sieht auch schon cool aus. Gehle Schwein. Du Sau. Was eine Schweinerei, ey. So. Ei, die blauen... Die Baum... Die blauen Pantage. Die Baum Pantage. Kann dir demnächst gut losgehen. Komm, schau dir mal die Achsenkopf hier. Und die auf dem Arsch. Ne, passt nicht. Sorry, ich musste gerade husten. Ja, kannst das Mikro nicht ausschalten. Sorry, ist alles verbaut hier. Hab leider keinen Mischpult. Hab nur eine Phantomspeisung. Sorry, die ist am PC. Muss ich immer zum PC rennen, wenn ich husten muss. Deswegen, ich hab extra so auf die Seite gemacht, dass man nicht so hört. Ja. Also, wenn ich jetzt so rede, hört man es bestimmt nicht so, wie wenn ich so rede. Ja. Ist gut. 14. Wenn ich jetzt dran baue, fehlt mir schon wieder eins. Zu 100%. Zu 1000%. Das dürfte aber jetzt reichen. Komm, ins Wasser. Arschnass machen, so. Sind wir gerade übers Wasser gelaufen? Sind wir gerade übers Wasser gelaufen? Ich hab gerade so gemacht. Hier geht's jetzt wieder nicht. War das gerade Zufall oder kann man übers Wasser laufen? In Minecraft. Ach du Kacke. Really creepy. Na, komm jetzt hier. Ähm, hier. So Leute, ähm, hier bin ich wieder. Sorry, hatte gerade einen Schnittfehler hier. Also, einen Aufnahmefehler. Sorry, dass ihr gerade jetzt ein paar Sekunden hier nicht gesehen habt. Ja, hatte gerade Holz gesammelt und zwei Stück fehlen, wie immer. Ich muss mal kurz gucken oder an... Wie lange hat ich eigentlich jetzt aufgenommen? Weiß ich nicht. Sorry, ich bin gerade auf meinen Aufnahmeknopf gekommen. Ich muss den irgendwie verlegen, dass der woanders ist. Ja, sorry, tausendmal. Wenn ihr jetzt sollt eine Minute nett gesehen haben. Ist ja nicht schlimm. Gleich eine neue Aufnahme hier machen. Muss man nicht gleich eine neue Aufnahme machen. Kann auch sein, dass mein Programm wieder rumspackt. Naja. Ich würde sagen, wir bauen noch schnell das Dach fertig. Und dann war es das auch wieder mit der Folge. Stell dir, die Monster kommen gleich. Ich glaube, ich mache das Dings wieder auf, ähm, hier auf Hashtag. Die Hashtag-Taste. Ja. So. Was denn jetzt? Hier. Eins, zwei. So. Mozi Minecraft. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist wieder alles korrekt im Dings. Im Schuh. Sag ich jetzt einfach mal. War wieder schlecht, der Witz. Hier kommt dann wieder später Glas rein. Wie lange es hält, weiß ich nicht. Wenn wir wieder ein neues Stockwerk draufbauen. Aber das glaube ich nicht. Hier ist ein, drei Scheißen drin. Glas. Neues Einschmelzen. Eins, zwei, drei. Elf Sand. Ja. Dürfte reichen. Das jönt gehen, mein Bub. Das jönt gehen. Nee, komm. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir wieder auf Sand suche. Da hinten ist ja schon Sand. Und bauen dann noch die Terrasse hier oben drüber. Und, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Sorry jetzt wegen dem, äh, Aufnahmefehler. Ja, bin aus Versehen auf meine Tasse gekommen. Sorry, wenn eine Minute weggeschnitten war. Ja, dann wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Sashi LB. Ciao. 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 Ciao.